Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Die allgemeine Maß- und Integrationstheorie entstand zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts. Sie bedeutete einen großen Durchbruch für viele Bereiche der Mathematik, insbesondere für die Analysis und die Storstik. In diesem Video geht es um das Fundament dieser Theorie und das ist der Begriff eines Maßraums. Sehen wir uns einmal die Definition an. Mathematisch ist ein Maßraum ein Tripl und man sieht ein großes Omega, ein kalligrafisches A und ein µ. Dabei ist Omega eine beliebige nicht leere Menge und das kalligrafische A ist eine Teilmenge der Potenzmenge von Omega, also des Systems aller Teilmengen von Omega. Jedes Element des kalligrafischen A ist also eine Teilmenge von Omega. Man fordert, dass A eine Sigma-Algebra sein soll. Das bedeutet, dass die leere Menge in A liegt und mit jeder Menge enthält A auch deren Komplement. Des Weiteren enthält das System A mit je abzählbar vielen Mengen auch deren Vereinigung. Die Mengen aus A werden diejenigen sein, die man in einem abstrakten Sinn messen kann. Wer noch nicht mit dem Begriff der Sigma-Algebra vertraut ist, dem empfehle ich zum Beispiel mein Video, das ich dazu gemacht habe. Was ist der dritte Bestandteil des Triples, also das µ? µ ist eine auf A definierte Funktion, die nicht negative reelle Zahlen und auch den Wert unendlich annehmen kann. µ von einer Menge A aus der Sigma-Algebra wird das Maß der Menge A sein. Jetzt kommt die Kraft der Abstraktion. Welche Eigenschaften sollte die Funktion µ haben? Was sollen wir für ein wie immer geartetes Messen von Teilmengen einer abstrakten Menge fordern? Möglichst wenig, damit eine allgemeine, reichhaltige Theorie entstehen kann. Man fordert von der Funktion µ nur zweierlei. 1. µ von der leeren Menge soll gleich 0 sein. Diese Forderung ist allzu natürlich. Die zweite Forderung ist bis zu einem gewissen Grad auch natürlich. µ von der abzählbaren Vereinigung paarweise disjunkter Mengen aus der Sigma-Algebra soll gleich der Summe der µs der einzelnen Mengen sein. Die Summe-Schreibweise anstelle des Vereinigungszeichens soll betonen, dass es sich um paarweise disjunkte Mengen handelt. Diese wichtige Eigenschaft des Maßes wird Sigma-Additivität genannt. An dieser Stelle sind einige Bemerkungen angebracht. Die erste betrifft das Rechnen mit unendlich. Ich schreibe die Regeln, die wir hier benötigen, weiter unten hin. Sie sind alle ganz natürlich. Man setzt unendlich plus unendlich gleich unendlich, und für jedes reelle x definiert man x plus unendlich gleich unendlich und ebenso unendlich plus x gleich unendlich. Damit kann die hier stehende unendliche Reihe nur dann einen endlichen Wert haben, wenn jedes µ von a n endlich ist und dann die unendliche Reihe reeller Zahlen konvergiert. Die Idee, Sigma-Additivität für µ zu fordern, stammt vom französischen Mathematiker Émile Borrell. Vorher gab es nur endliche Additivität. Das heißt, wenn man endlich viele paarweise disjunkte Mengen hat, soll µ von der Vereinigung der Mengen gleich der Summe der µs der einzelnen Mengen sein. Diese Eigenschaft ist völlig natürlich. Was immer die Gebilde sind, die man messen möchte, wenn sich ein Gebilde als Vereinigung von paarweise disjunkten Teilgebilden zusammensetzt, sollte das Maß, was immer dieses Maß ist, des Gesamtgebildes gleich der Summe der Maße der Teilgebilde sein. Das Präfix Sigma im Wort Sigma-Additivität bezieht sich gerade darauf, dass Vereinigungen von unendlich vielen Mengen zugelassen werden. Wie wir gleich sehen werden, ist diese Eigenschaft im Allgemeinen stärker als die endliche Additivität. Man nennt die Funktion µ ein Maß auf a und jede Menge aus a heißt messbar. Das Paar Omega a wird Messraum oder messbarer Raum genannt. Man kann sich natürlich ganz unbedarft fragen, warum man für die Sigma-Algebra a nicht die Potenzmenge von Omega wählt. Die Antwort ist ganz einfach. Viele interessante Maße kann man prinzipiell nicht auf allen Teilmengen von Omega definieren. Wer hierzu mehr wissen will, kann sich zum Beispiel mein Video über die Unlösbarkeit des Maßproblems ansehen. Ich nehme einmal die wichtigsten Bestandteile der Definition auf die nächste Folie. Das Maß µ ordnet Mengen aus der Sigma-Algebra nicht negative reelle Zahlen oder den Wert unendlich zu. Das Maß der leeren Menge ist gleich 0 und µ ist Sigma-Additiv. Ganz einfache Beispiele für Maße sind das Maß, das jeder Menge a den Wert 0 zuordnet. Dieses Maß heißt Nullmaß. Das ist natürlich völlig uninteressant. Das zweite, ebenfalls völlig uninteressante Maß ordnet der leeren Menge den Wert 0 und jeder anderen Menge den Wert unendlich zu. Die folgende Definition dient dazu, solche trivialen Fälle und hier insbesondere den zweiten auszuschließen. Man nennt ein Maß µ bzw. den betreffenden Maßraum endlich, falls µ von Omega einen endlichen Wert annimmt. Dann ist zwar noch das Nullmaß zugelassen, aber interessant ist natürlich der Fall, dass µ von Omega positiv ist. Der wichtigste Spezialfall ist dann, dass µ von Omega gleich 1 ist. Man nennt dann µ ein Wahrscheinlichkeitsmaß oder kurz W-Maß und schreibt anstelle von µ ein schmuckes P. Die zweite Definition ist die der Sigma-Endlichkeit eines Maßes. Man nennt ein Maß µ-Sigma endlich, falls es eine Folge an messbarer Mengen gibt, die aufsteigen. Das heißt, es gelten diese Teilmengenbeziehungen und jedes Element von Omega in mindestens einem an liegt. Dafür schreibt man oft so und sagt, die Folge an konvergiert von unten gegen Omega. Und jetzt kommt es, jede der Mengen an hat ein endliches Maß. Man sieht sofort, dass jedes endliche Maß auch Sigma-Endlich ist, denn dann kann man für jedes n an gleich Omega setzen. Wie das nächste von weiteren Beispielen zeigt, gilt die Umkehrung jedoch im Allgemeinen nicht. Wir betrachten ein Maß µ-Z, das einer Menge a die Anzahl der Elemente von a zuordnet, falls a eine endliche Menge ist, und ansonsten den Wert unendlich. Man nennt dieses Maß das Zählmaß. Damit das Zählen Sinn macht, setzt man hier voraus, dass die Sigma-Algebra a alle endlichen Teilmengen von Omega enthält. Das Zählmaß ist natürlich nicht endlich, wenn Omega eine unendliche Menge ist, aber, kleine Übungsaufgabe, es ist Sigma-Endlich, und zwar genau dann, wenn die Menge Omega abzählbar unendlich ist. Ein weiteres Maß, genauer ein Wahrscheinlichkeitsmaß, ergibt sich, wenn man für ein festes Omega Delta Omega von a gleich 1 setzt, falls die Menge a das Omega als Element enthält, und ansonsten ist Delta Omega von a gleich 0. Man nennt dieses Maß nach dem französischen Physiker Paul-Adrian Maurice Dirac das Dirac-Maß oder die Einpunktverteilung im Punkt Omega. Wie wir jetzt sehen werden, ist das Dirac-Maß Baustein vieler Maße. Zunächst nochmal als Memo die entscheidenden Eigenschaften eines Maßes. Stellen wir uns vor, wir hätten eine Folge von Maßen und eine Folge positiver reeller Zahlen. Wir werden jetzt durch Addition und Multiplikation ein neues Maß konstruieren. Dabei vereinbaren wir folgende naheliegenden Rechenregeln. Für eine positive reelle Zahl x sei x mal unendlich gleich unendlich und auch unendlich mal x. Wir setzen jetzt µ von a an als diese unendliche Summe. Jeder der Summanden ist jetzt wohl definiert und die Summe nimmt nur dann einen endlichen Wert an, wenn jeder Summand endlich ist und dann die Reihe reeller Zahlen konvergiert. Behauptet wird, dass µ ein Maß auf a ist. Offenbar ist µ von der leeren Menge gleich 0, aber was ist mit der Sigma-Additivität? Seien hierzu a1, a2 und so weiter paarweise disjunkte Mengen aus a. Wir müssen zeigen, dass µ von der unendlichen Vereinigung der a n gleich der Summe der µ von a n ist. Wenn wir uns die Definition von µ ansehen, ergibt sich zunächst dieses Gleichheitszeichen. Die Summe über j und das bj übernehme ich und wegen der Sigma-Additivität von µ haben wir dann diesen in eckigen Klammern gesetzten Ausdruck. Auch hier übernehme ich die Summe über j und das bj ziehe ich in die eckige Klammer. Nehmen wir einmal an, wir könnten die beiden Summen vertauschen. Dann hätten wir zunächst die Summe über n und dann diejenige über j. Dann wären wir aber fertig, denn dieser unterklammerte Ausdruck ist nach Definition nichts anderes als µ von a n. Dass wir wirklich vertauschen dürfen und damit dieses Gleichheitszeichen hier gilt, liegt am sogenannten großen Umordnungssatz für Reihen, über den ich ein eigenes Video gemacht habe. Natürlich gelten diese Überlegungen auch, wenn wir mit nur endlich vielen Maßen starten, also im hellgrünen Kästchen eine endliche Summe steht. Ein wichtiger Spezialfall ergibt sich, wenn die Summe der bj gleich 1 ist und das Maß µj, das Dirac-Maß, im Punkt Omega j ist. Dabei nehmen wir an, dass diese Omega j alle paarweise verschieden sind. Dann ist das Maß µ ein diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß. Anschaulich gesprochen haben wir im Punkt Omega j die Wahrscheinlichkeitsmasse bj angebracht. Auf diese Weise entstehen alle diskreten Verteilungen, die man in der Stochastik kennt, wie etwa die Binomialverteilung, die Poissonverteilung oder die Multinomialverteilung. Ich möchte noch einige grundlegende Folgerungen beleuchten, die sich aus der Definition des Maßraums ergeben. Zunächst noch einmal als Memo die definierenden Eigenschaften eines Maßes. Und wir werden gleich diese Schreibweise für sogenannte absteigende Mengenfolgen verwenden. Man sagt, die Mengenfolge a n konvergiert von oben gegen a genau dann, wenn für jedes n die Menge a n eine Obermenge von a n plus 1 ist, das heißt die Mengen werden anschaulich immer kleiner und der Durchschnitt aller a n die Menge a ist. Sehen wir uns mal einige unmittelbare Folgerungen an, die sich aus der Definition eines Maßraums ergeben. Sind a, b, a1, a2 und so weiter messbare Mengen so gelten? a, µ von einer endlichen Vereinigung paarweise disjunkter Mengen ist gleich der Summe der Maße der einzelnen Mengen. Hierbei ist k eine beliebige natürliche Zahl größer gleich 2. Diese Eigenschaft nennt man die endliche Additivität von µ. Sie folgt unmittelbar aus der Sigma-Additivität, wenn man im Memo oben rechts jede der Mengen a n mit n größer als k gleich der leeren Menge setzt, weil die leere Menge das Maß 0 hat. Folgerung b. Ist a eine Teilmenge von b, so folgt µ von a kleiner gleich µ von b. Diese Eigenschaft nennt man die Monotonie von µ. Sie folgt unmittelbar aus der endlichen Additivität und der Nicht-Negativität von µ, denn b ist ja die Vereinigung der disjunkten Mengen a und b vermindert um a. Man beachte auch, dass im Fall µ von b gleich unendlich gar nichts zu zeigen ist. Folgerung c besagt, ist a eine Teilmenge von b und ist µ von a ein endlicher Wert, so folgt, dass das Maß der Differenzmenge b vermindert um a gleich µ von b minus µ von a ist. Diese Eigenschaft heißt Subtraktivität von µ. Man wundert sich hier vielleicht über die Bedingung µ von a kleiner als unendlich. Wäre jedoch µ von a gleich unendlich, so wäre nach der Ungleichung in b auch µ von b gleich unendlich und dann würde hier unendlich minus unendlich stehen, was nicht definiert ist. Auf jeden Fall gilt nach der endlichen Additivität µ von b gleich µ von a plus µ von b vermindert um a und somit ganz egal, ob µ von b endlich ist oder nicht, diese Gleichung. Denn unendlich minus ein endlicher Wert ist als unendlich definiert. Folgerung d besagt, dass das Maß einer abzählbaren Vereinigung von Mengen höchstens gleich der Summe der Maße der einzelnen Mengen ist. Man nennt diese Eigenschaft die Sigma-Subadditivität von µ. Wir werden diese Folgerung gleich beweisen, formulieren aber abschließend noch zwei wichtige Eigenschaften von Maßen. Folgerung e. Konvergiert die Mengenfolge a n von unten gegen a, so ist µ von a gleich dem Limes der µ von a n. Diese Eigenschaft heißt Stetigkeit von unten. Man beachte, dass hier µ von a genau dann endlich ist, wenn jedes µ von a n endlich ist und dann die monoton nicht fallende Zahlenfolge der µ von a n konvergiert. Die letzte Folgerung f konvergiert die Mengenfolge a n von oben gegen a und ist µ von a 1 ein endlicher Wert, so ist ebenfalls µ von a gleich dem Limes der µ von a n. Diese Eigenschaft heißt Stetigkeit von oben. Sehen wir uns zunächst den Beweis der Sigma-Subadditivität an. Ich werde mich hier kurz fassen, weil ich Ihnen im Video über Wahrscheinlichkeitsräume ausführlich vorgestellt habe. Wir müssen die Sigma-Additivität ausnutzen und definieren hierzu b1 als a1 sowie für jedes n größer gleich 2 bn als a n vermindert um die Vereinigung der a j über j von 1 bis n minus 1. Dann sind die Mengen bj paarweise disjungt und die Vereinigung aller a n ist gleich der Vereinigung aller b n, wobei ich bei den bs wegen der paarweisen Disjungtheit das Summenzeichen geschrieben habe. Es folgt, dass µ von der Vereinigung der a n gleich µ von der Vereinigung der b n ist und wegen der Sigma-Additivität von µ gilt dann dieses Gleichheitszeichen. Da für jedes n b n eine Teilmenge von a n ist, gilt µ von b n kleiner gleich µ von a n und wir erhalten diese Ungleichung und damit die Sigma-Subadditivität von µ. Es bleiben jetzt noch die beiden Stetigkeitseigenschaften von µ zu zeigen. Hierzu nochmal als Memo die definierenden Eigenschaften von µ. Ich schreibe noch einmal hin, was wir zeigen müssen. Konvergiert die Folge a n von unten gegen a, so folgt diese Limes-Beziehung. Zum Beweis verwenden wir die gleichen Mengen b n wie im Beweis von d. Wir setzen also b1 gleich a1 und für n größer gleich 2 b n gleich a n vermindert um die Vereinigung der a j über j von 1 bis n minus 1. Da die Mengen a n aufsteigen, ist aber diese Vereinigung gleich a n minus 1. Man kann sich die a n als konzentrische Kreise mit größer werdenden Radien veranschaulichen. Dann sind die b n für n größer gleich 2 Kreisringe. Da die a n aufsteigen, gilt dieses Gleichheitszeichen. Und diese Vereinigung der a k ist gleich dieser Vereinigung der b k, wobei ich wegen der paarweisen Disjunktat der b's wieder das Summenzeichen geschrieben habe. Man beachtet, dass die Vereinigung der b k's in der Vereinigung der a k's enthalten ist, denn jedes b k ist Teilmenge von a k. Ist andererseits ein Element Omega in der Vereinigung der a k's, so gibt es insbesondere einen kleinsten Index k derart, dass Omega in a k ist. Damit ist Omega aber nach Definition in b k und somit in der Vereinigung der b k's. Also ist auch die Vereinigung der a k's in der Vereinigung der b k's enthalten. Genauso argumentiert man, dass die Menge a, die ja gleich der Vereinigung aller a k's ist, gleich der wegen der paarweisen Disjunktat wieder mit dem Summenzeichen geschriebenen Vereinigung der b k's ist. Was folgt nun daraus für µ von a? µ von a ist wegen dieser beiden Gleichheitszeichen gleich µ von der Vereinigung der b k und wegen der Sigma-Additivität folgt dann dieses Gleichheitszeichen. Der Wert dieser unendlichen Reihe ist aber der Grenzwert für n gegen unendlich dieser Summe und diese Summe ist wegen der endlichen Additivität von µ gleich µ von der Vereinigung der b k's über k von 1 bis n. Diese Vereinigung steht aber hier und sie ist gleich a n. Also folgt dieses Gleichheitszeichen und das war zu zeigen. Es bleibt noch f zu zeigen. Jetzt konvergiert die Folge a n von oben gegen a und unter dieser zusätzlichen Bedingung soll die gleiche Stetigkeitseigenschaft wie oben gelten. Warum ist das so? Wir nutzen jetzt letztlich das aus, was wir in e bewiesen haben. Konvergiert die Folge a n von oben gegen a, so konvergiert die Folge der Komplemente von a n von unten gegen das Komplement von a. Schneiden wir jede der Mengen mit a1, so konvergiert diese Folge von unten gegen a1 geschnitten a Komplement. Das Schöne ist, dass jetzt alle Mengen als Teilmengen von a1 ein endliches Maß haben. Wir werden jetzt Teil e ausnutzen. Zunächst folgt wegen der Subtraktivität µ von a1 minus µ von a gleich µ von a1 vermindert um a. a1 vermindert um a ist aber a1 geschnitten a Komplement und aufgrund dieser Beziehung hier und Teil e gilt dann dieses Gleichheitszeichen. µ von a1 vermindert an ist wegen der Subtraktivität gleich µ von a1 minus µ von a n und somit ist dieser Grenzwert gleich µ von a1 minus diesem Grenzwert. Schaut man jetzt an den Anfang dieser Gleichungskette, so folgt die Behauptung. Damit man sieht, dass die Bedingung µ von a1 kleiner als unendlich wesentlich ist, hier ein instruktives Beispiel. Es sei Omega die Menge der natürlichen Zahlen mit der Potenzmenge als Sigma-Algebra und es sei µ das Zählmaß. Ist für jedes n größer gleich 1 a n die Menge aller natürlichen Zahlen, die größer oder gleich n sind, so konvergiert die Mengenfolge a n von oben gegen die leere Menge. Da jedes a n unendlich viele Elemente enthält, ist µ z von a n für jedes n gleich unendlich, und konvergiert somit nicht gegen 0. 0 ist aber das Zählmaß der leeren Menge. Damit sind wir am Ende dieses etwas längeren Videos angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Anschauen, für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich natürlich wie immer dankbar. Das ist unser Ihr Figuren.